. Herzlich willkommen. Heute blicken wir nach Peking, wo der nationale Volkskongress zu seiner jährlichen Sitzung zusammenkommt. Das ist selbst in einem autoritären Regime ein wichtiges Ereignis, das Auskunft über den Zustand von Chinas Macht gibt. An der Seite des chinesischen Präsidenten Xi Jinping steht nun Li Qiang, sein Premierminister, der am Montag zum Auftakt der Sitzung für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 5 % ankündigte. Das ist von Frankreich und Deutschland aus gesehen viel, für China aber wenig. Denn die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt steckt in einer tiefen Krise. Jugendarbeitslosigkeit, Inflation, Konsumrückgang und das Platzen der Immobilienblase. Die Rede ist von 100 Millionen leerstehenden Wohnungen. Das wirtschaftlich geschwächte China unter Xi Jinping stellt nun seine militärische Stärke in den Vordergrund. Der Verteidigungshaushalt steigt um 7,2 %. Besonders aggressiv tritt China dabei im südchinesischen Meer auf. Ein Blick auf unsere Karten. In den Meeren vor seiner Küste folgt China seit langem seinen eigenen Regeln, die oft dem Völkerrecht zuwiderlaufen. So erhebt es Anspruch auf weite Teile des südchinesischen Meeres, die durch die sogenannte Zehnstriche-Linie begrenzt werden. Chinas Seegebiet wäre dort 2 Millionen Quadratkilometer groß, mehr als ein Fünftel seines Staatsgebiets, und zwar auf Kosten der anderen Anrainerstaaten. China begründet seine Ansprüche mit seiner angeblichen früheren Präsenz in der Region. Dazu legt es Seekarten vor, die es in den 30er Jahren veröffentlicht hatte. Es besetzte unrechtmäßig zumeist unbewohnte Inseln und Atolle. Nur erheben auf diese Inseln auch andere Anrainerstaaten der Region Anspruch. Das erste Mal wandte China die Methode bei den Paracel-Inseln an und später, 1987, bei den Spratly-Inseln. Auf einige von ihnen erheben auch andere Länder Anspruch, Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Taiwan und Japan. 2012 annektierte China faktisch durch die Sperrung der Zufahrt das Scarborough-Riff ein zu den Philippinen gehörendes Atoll, dessen beide Inseln sich bei Ebbe nur bis zu drei Meter aus dem Meer erheben. Darüber hinaus schüttete China ab 2013 an manchen von ihm kontrollierten Atollen in grossem Masse Sand auf, insbesondere auf Fiery Cross. Dabei wandelte es ohne Rücksicht auf die Umwelt einfache Felsen in regelrechte künstliche Inseln um, mit Flugplätzen, Militärstützpunkten und Hotelanlagen. Vor allem Taiwan befindet sich mehr denn je im Fokus der chinesischen Ambitionen. In Peking sprach Premierminister Li Qiang zum Auftakt der Sitzung erneut von einer Wiedervereinigung mit Taiwan. Aber diesmal sprach er nicht von einer friedlichen Wiedervereinigung, sondern davon diese entschlossen voranzutreiben. Soweit zu unserem heutigen Fokus. Bis bald.